Splatoon 2 kann auch wieder auf meinem Kanal wieder auferstehen und damit herzlich willkommen zurück zu Splatoon 2. Ja, hatte mich ja die letzte Folge wieder richtig krass gemacht, also Premiere wieder auf meinem Kanal. Ging ja eine Stunde, weil es halt wieder so ein Neuanfang wieder für Splatoon 2 für mich war. Und ja, jetzt geht's gleich wieder weiter mit der nächsten Folge. Hab echt schon Bock mit dem echt und ja. Ich würde sagen, wir stürzen gleich wieder in die nächste Online-Runde. Im Übrigen habe ich mir jetzt mal, privat ist halt wieder, also jetzt kurz hier mal so ein bisschen wieder, versuch hier mal reinzukommen und so. Also nicht jetzt online gespielt, aber hier jetzt auf dem Plaza jetzt mal schön, dass man bei dem hier zum Beispiel was bestellen kann, da habe ich das glaube ich. Halt noch deinen Maul. Ich will gerade was erklären und du kommst hier mit Maps erneut oder so. Ja gut, dann komm, sag mal her. Dann nicht. Gut. Deine Fresse. Gut. Äh, dann habe ich hier glaube ich, oh, jetzt ist er gar nicht mehr hier. Ich habe mir irgend so eine komischen Hörner bei dem bestellt hier. Der kommt, der soll da morgen oder so ankommen oder so, ich weiß auch nicht. Kann man einmal pro Tag machen. Hier ist der Mietsrichter, alles klar. Also man kann hier irgendwie so einen angucken, dann kann man hier irgendwas bestellen lassen. Wenn man sich hier mal so umguckt, vielleicht findet man ja was, was hier so nice ist und dann kann man hier einfach was bestellen. Ganz leid, war auch schon ins Bett 1 oder war es allerdings ein anderer Charakter, bei dem man das bestellen konnte. Da habe ich das hier wieder gefunden. Hier kann man so irgendwie so updancen oder so, zu einer Musik oder so. Weiß auch, auch nicht. Oh mein Gott, ich habe irgendwie so Schluckhoff oder so. Habe ich auch nicht so Bock drauf. Und, äh, ja, das, äh, der Ersatz für Miiverse ist hier am Start. Das habe ich auch komplett vergessen. Gibt ja jetzt so ein Ersatz für Miiverse hier, wo man hier einfach irgendwas posten kann oder so, ich weiß auch nicht. Dass dann hier einfach irgendwie random hier so, hier genau sowas hier angezeigt wird. Da es ja Miiverse nicht mehr gibt. Ja. Muss, man muss das Nintendo jetzt irgendwie so oder so hier lösen. Ich weiß auch nicht. Shop und so habe ich auch jetzt noch nicht mal so reingeschaut. Haben aber auch nicht so viel Geld. Also, ja, lohnt es sich meiner Meinung nach, da nicht jetzt reinzugehen. Aber, worauf ich jetzt Bock habe, bin ich auch froh, dass es jetzt hier noch offen ist. Auf Sammernrun noch ein paar Runden. Die waren ja schon echt krass, da was da letzte Folge abging. Ja, jetzt möchte ich gerne da weitermachen. Okay. Ah, nee, es sind immer noch dieselben. Ah, ich glaube, das mit dem Sammernrun geht länger, ne? Warte mal, da gehe ich nochmal kurz gucken, warte mal. Ich glaube, es konnte man ja, weil ich nicht sogar hier drin jetzt so kurz gucken können, hier. Arena hier, hier kann man genau nochmal nachgucken. Standardkampf, da sind jetzt so Flunder, Flunder, Flunder Fun Park und Tümmler Kuppel. Oh, mein Gott, ich glaube Tümmler Kuppel war, ist das Splatoon 1 oder so, wie ich jetzt vom Bild sehe. Ich glaube, es war auch so ein Splatoon 1. Und Sammernrun geht's von... ...ölf Nösen, von heute bis 1 Uhr, bis morgen bis 13 Uhr geht's. Ja, geht ein paar Stunden. Und... ...und, äh, wann geht's denn wieder los? Dann um 19 Uhr, dann also von... ...13 Uhr... ...bis, äh, 19 Uhr ...is dann nicht und dann... ...ab 19 Uhr geht's dann wieder bis, äh, bis zum 14. ...um 7 Uhr wieder los. Und danach stehen auch da unten noch halt die nächsten Termine. So, da steht aber noch keine Map und keine Waffen da. Aber ja, das ist auch ein anderes Thema. Und dann rankam, verlier, kann man das hier nicht, das mach ich eh nicht. So, eine generelle Option hier, die Spielerinformationen. Im Übrigen habe ich jetzt, äh, steht auch jetzt da unten. Ich hab jetzt mal zur Airbrush, Air, RG gewechselt. Ah, warte mal. Ach, stimmt, jetzt fällt mir auch grad wieder ein, was der Unterschied zwischen den Waffen ist. Ich glaub, die haben ein anderes, äh, Waffen-Set gehabt, ne? Was hat'n die? Ach du Scheiße, die hat ja richtig was. Ein Müll-Set, seh ich grad. Nur diese, diese olle Kugel, die ich eh nicht spiele. Also diese, dieses Hamster-Ballchen, oder wie das heißt. Und diese ollen Granaten, die da... ...ein paar Spritzerchen Farbe ablassen, da. So umherspritzen und so. Die man aber leicht zerstören kann. Ah. Was war denn mit der MG, also die Silberne? Die haben echt Müll-Muse-Set, alter. Diese Spam-Bomben, aber nur diese Haft-Bomben. Weil diese Spam-Bomben heißen, dass ich halt die meine... ...sekundärwaffe? Alles Sekundärwaffe? Ich glaub, diese Bomben sind Sekundärwaffe. Äh, dass man, dass ich die halt, ähm, spamben kann. Sieht man auch da. Das sind ja jetzt diese Minen da, die man so absetzt und dass die dann so entlang gehen oder so drauf. Aber ich glaube, man spamt dann die Bomben, die man halt als Sekundärwaffe hat. In dem Fall halt die Haft-Bomben. Ja. Ach, scheiße. Was hat denn die PG für ein Moves-Set? Aber ich glaub, die hab ich gar nicht, hab ich, glaub ich, festgestellt. Ich glaub, die PG hab ich gar nicht. Die Bronze, nur, die der letzteste eingesammelt hat. Oder Bronze-Silber war die irgendwie, glaub ich. Ich glaub, war das dann die nächste. Warte mal, ich kann ja mal kurz im Shoppen da vorbeischauen. Nein, nicht Kopf. Nicht Kopf. Wollte Waffen. Aber ich glaub, man kann dazwischen den Shops immer hin und her switchen. Äh, ja, hi, ich wollt nicht bei... Oh, was habt ihr denn hier am Start? Okay. Alles klar. Hier sind Waffen. Was? Achso. Es gibt einen, bitte. Die ganzen neuen Waffen. Mit dem Updates, oder was? Ich glaub, das sind die ganzen Waffen, die bei Update drin gekommen sind. Na ja, dann kann es hier Stunden gehen. Selbst mit Vorspulen. So. Na ja. Hallo. Ey, man muss sich mal vorstellen, es wird tun eins, konnte man das nicht überspringen. Wohne es vorspülen, dann würdest du hier eine halbe Stunde sitzen, bis der zu Ende gelabert hat. Alter. Wie das auch kein Ende nimmst. Übrigens, da unten ist die Airbrush PG, kann ich mir aber nicht, leider nicht leisten. Aber ich komme auch gar nicht zum Ende, ey. Hallo, Junge. Ist gut. Alter. Gut, das ist der ganze Content, der über, äh, während über das Jahr hier rauskam, ne? Sehr gut. Alter. Das kann doch nicht so viel sein. Ey. Nimm das hier mal ein Ende. Halt die Fresse. Alter. Jetzt, äh, was zum Teufel ging da ab? Ey. Klappertasche. Das sind ja alles. Ach du Scheiße. Bis hier, da, zack, und bis hier vorhin. Alles neu, alles Updates. Wow. Ich bin begeistert. Was zum Teufel. Okay, hier ist die Airbrush PG. Sekundärwaffe, die Dinger, und Coolkugel. Was ist denn ne Coolkugel? Ultrastempel. Das ist ne neue Sekundärwaffen, oder? Die kann ich mich null erinnern. Also der Ultrastempel auf jeden Fall nicht. Der, äh, der ist neu. Coolkugel, keine Ahnung. Tindrüstung, die kenne ich. Tindüser, ganz klar. Sibisphäre, ja. Blubberwerfer, ja, da kommt mir auch noch bekannt vor. Instabomben, ja. Zwiebelse sind ja diese, wo du spamm kannst. Ach, ne. Du spammst doch die Bomben, die da drauf sind. Oder? Jetzt sind ja die Instabomben drauf. Doch. Dann spammst du die, aber dann nicht die Sekundärwaffe. Und ja, da steht auch Sekundärwaffe. Da ballerst du nicht die Clapsbomben. Also sonst, äh, hier ballerst du die Instabomben weg. Ach so, ich dachte man, äh, das kommt doch die Sekundärwaffe an. Anscheinend nicht. Das sind so viele Waffen, ey. Holy shit. Warte mal. Die, war, die klingt eigentlich recht geil. Ist doch nur so ein Teil hier. Das ist eine Sekundärwaffe, Torpedo? Was zum Teuer, das ist auch was Neues. Torpedo kenne ich auch nicht, Sekundärwaffe. Was zum Teufel? Macht irgendwie Bock, das auszuprobieren, aber... Ich hol mal die hier. Weil die Schwamraketen, die, äh, die habe ich schon geliebt. Die habe ich damals schon geliebt. Die sind geil. Warum machen wir das? Ist doch wieder so eine Standardpistole, aber... Ja, obwohl, aber dieses Schwarz passt irgendwie zu Octoling, zu dem schwarzen Opfett. Weiß auch nicht. Irgendwie passt das. Ich nehme den mal. Aber es ist nicht eigentlich egal. Weil ich wollte doch eigentlich... Ja, obwohl, fürs Erste ist eh egal. Wir machen ja eh das erstmal. Ja, kommt drauf an, wie lange ich die Folge mache. Eine Stunde wäre ich zwar... Mach ich die wieder eine Stunde? Eigentlich soll das nur... 45 Minuten. Das wäre doch ein Deal, oder? Ja, komm, 45 Minuten machen wir. Das ist in der ersten Folge mit der einen Stunde. Das war eigentlich jetzt nur... Weil es halt die erste Folge war, seit langem wieder. Aber, ja... Das sollte eigentlich was Besonderes sein. Aber, ja, jetzt dachte ich mir... Komm, na, jetzt brauchst du auch nicht, äh... Noch mal eine Stunde jetzt so... Ja, komm, 45 Minuten reicht, komm. Halbstunde ist mir ein bisschen zu wenig, aber, komm, 45 Minuten reicht vollkommen aus. Muss auch noch bedenken, ich muss es ja auch noch hochladen, das dauert ja auch noch mal ewig. Das ist recht so eine Stunde voll. Heidige Scheiße. Das reicht 45 Minuten, dauern auch schon lang genug. So ist es auszahlt hier, okay. Direkt, was für ein Start. Bleiben wir mit der Sniper, cool. So, wo ist der Korb, ist der hier vorne? Ja, okay, gut, dann können wir hier gleich mal... Okay, wo kommen sie? Wie gesagt, da muss ich auch noch ein bisschen gucken, wie die die heißen. Ich hab mich natürlich noch mal gucken können, wie die heißen. Obwohl, das haben wir noch nur im Tutorial gesagt bekommen. Oder wenn man stirbt, was weiß ich... Ich will mich nicht killen lassen. Nur um die Namen rauszufinden. Nee, das mach ich nicht. Nee, okay, Bock. Weil dann steht der Name davon, was man gekillt wird. Das wäre eigentlich nur eine gute Chance, den Namen rauszufinden. Aber nee, so heiß will ich jetzt auch nicht auf die Namen. Wir werden es schon irgendwann rausfinden. Double kill. Das ist leider kann auch Double kills machen. Bäm. Boah. So wie Tinte, ey. Holy fuck. Das ist aber auch das Maximum erreichen, sonst ist Schluss. Wir müssen es halt in der Zeit schaffen, das zu erreichen. Sonst ist, äh, Ausschluss. Mach mal auf hier. Okay. Da. Äh. Alter, siehst du sogar die kleinen Viecher, die so kleinen Salmus. So heißen die. Selbst die kann einen extrem schnell fertig machen. Äh, Hilfe. Hilfe. Ami, please. Dankeschön. Boah, Alter. Hey, die Schuss. Jetzt muss ich auch mein Leben klar kommen hier. Oh ja, okay. Gut, keine Sniper mehr. Gut. Dann haben wir schon mal zufrieden. Das ist der Kopf hier oben. Der Kopf sind nur. Ja, okay, gut, dann. Jetzt kommt. Und ich noch mal drauf geguckt habe. Bin ich da oben da vorne wiederum geeiert. Nein. Okay, okay, okay. Ja, ich sehe wieder der Regen. Verdammt. Na, geht ins Wasser fallen. Das wäre zu traurig. Oh, hi. Okay, okay, okay. Muss ich mehr so den Regen abgeballert. So kleinen Viecher, die sind so nervig. No shit. Das Regen hat ja schon für die Scheiße gebaut. Der geht irgendwie nicht so viel ab. Ich weiß auch nicht. Das ist von den kleinen Viechern. Ja, aber. Nein, keine Bomben. Aber noch getroffen, ne? Ja, ich habe einen ausgemacht, diesen Teil. Okay. Nein. Kein Ditte mehr. Okay, immer. Rackzack. Welcher Rackzack? Was ist denn Rackzack? Hä? Ich weiß nicht, was denn Rackzack ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich gerade gekillt hat. Was ist diese... Dieses Taillen? Oder was war das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich komme auch nicht in die Fischeier ran. Weil hier zu viel Rungaier ist. Ey, so. Kleinen Viecher, ey. Aber wir haben 18 Stück. Also wir haben sogar das Doppelte. Also verloren aber auf keinen Fall. Ne, ich krieg das noch hin. Ja. Nummer 19. Geil. Find ich sie sehr nice. Yeah, Double Pistol. Perfekt. Perfekter kann es nicht sein. Das ist wirklich geil. Ohne das Wasser steigt schon wieder. Ich rieche irgendwie... Ne. Normal. Ich hab irgendwie... Jetzt ein bisschen an Dings gedacht an die... Äh... Begrückels. Hier was er letzten Folge. Bis zum letzten Folge ist ziemlich viel passiert. Also ja. Nicht schon. Wir duschen darf. Okay. Hö, da schießt schon wieder einer mit seinen Granaten. Wolter. Okay. Ich weiß auch nicht. Damals habe ich jetzt auch nie mit den Granaten gemacht. Das ist zwar... so wie es aussieht effektiver, aber... Ja. Ich hab's irgendwie nie gemacht. Boah, aber das Gebiet jetzt auch viel zu klein, Alter. Oh, hier ist gleich der nächste. Oh, mein Gott. Oh, keine Zinte mehr. So viel gegnerische Farbe, Alter. Na, und der Regen schon wieder. Die Schauer kommen wieder. Ach, du Scheiße. Die ist so ein riesiges Fies. Kill it. Oh, ja, sehr geil. Wer immer das gemacht hat. Mega. Alter, wie viele haben wir? Zwanzig. Was zum Teufel. Aber hier geht auch einiges ab. Rackzack. Warte. War es dieser Laser? Ich glaube, das war der Laser. Ich glaube, der Laser, der Läden schießt, dass er... Nee. Hat man nicht so Stapler? Nee, das war der nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die Sarackzack ist. Aber wir haben verdammt viele. Nee, stimmt. Ja, 50 sind auch geil. 50 sind geil. Auf jeden Fall. Bin zufrieden. Cool. 2.000 von den großen... Äh, von den kleinen Dingern. Okay. Gibt es nur noch... Nee, das ist nicht das höchste Führungskraft. Okay. Sehe ich es gerade. Gibt noch ein... Anscheinend noch ein paar höher oder so. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall habe ich kurz davor, einen höher zu gehen. Interessant. Na, let's go. Tun wir was dafür. Und jetzt sehe ich da unten auch die Kapsel. Also, ich habe hier noch nichts mehr so einen Überblick hier so genau. Aber da unten sind diese Kapseln, genau. Davon müssen wir ein paar sammeln. Da gibt es dann Zeug draus. Aber dieses Glitzern ist hier sehr ganz cool. Was ist denn da drinnen? Geld? Oder gibt es aus den anderen auch Geld? Ich glaube, das ist random, was man da rauskriegt, oder? Coupons, Geld und sowas alles? Ich glaube, das ist alles random, was man da rauskriegt. Aber dieses Glitzern nur spricht mich an. Und ich glaube, dahin spielen wir. Darauf setzen wir. Aber das habe ich Bock noch in der Folge zu bekommen. Ich weiß sogar gar nicht mal, ob wir heute noch eine normale Runde noch mal im Online spielen werden. Wo wir die Waffe ausprobieren können. Aber, ja. Ich habe irgendwie Bock auf den Simon Run Modus. Der ist echt... Wie gesagt, den habe ich schon damals gefeiert. Der ist echt cool. Der macht schon echt Bock. Wäre nochmal schön, wenn noch ein vierter Kollege am Start wäre, damit wir hier gleich loslegen können. Rauscutten. Ja. Muss ich schauen, wie ich das erstmal mache hier. Ich cut jetzt nicht so viel bei meinem Dings da. Aber, ja. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, ob diese Folge mache ich es noch normal. Aber sonst gucke ich mal, ob der nächste Folge oder so, ob ich da vielleicht was machen kann. Oder vielleicht kann ich ja auch... Ich sage, ich gucke mal, wie ich das mit Cutten mache und so. Früher bei... Als es noch mit Kamera abgefilmt wurde, da... Na, da war es noch die Qualitätsscheiße. Aber da konnte ich einfach auf den Pause-Button drücken und dann passt es. Aber jetzt... Ja gut, ich habe ja auch einen Pause-Button, aber... Da wird es trotzdem irgendwie nicht rausgecutt. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon das öfter mal diesen Pause-Button genutzt. Aber irgendwie wurde es dann trotzdem nicht rausgecutt. Komm bis nach hinten. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das habe ich jetzt vollkommen beim Labern vollkommen vergessen. Jetzt go. Komm mal raus, hier sind noch mehr. Da drüben. Ne, sind wir auch nicht immer so viel los. Ich weiß auch nicht. Sag ich ja. Kleinviecher kommt es noch das öfter mal. Oh nein, ich habe verfehlt. Aua. So ein Shit. Oh, noch einer ist am Leben. Hilfe. Dankeschön. Oh, hier ist ja sehr gut. Wie gesagt, das ist mir den Grad kriege ich mir nicht hin. Ich weiß auch nicht. Warte mal. Aber ich bin sehr für die Kenntnis, ich bin bei dem auch irgendwie nicht so oft. Ich weiß auch nicht. Weil eigentlich könnte ich diese Bomben-Spam. Ich weiß auch nicht, dass würde ich eigentlich eher nur nutzen, wenn ich um Singlet bin oder so. Oder wenn halt viele Gegner hier am Start sind. Aber so wie ich das hier sehe, ist es nicht so nicht vier am Starten. Ich meine ja so. Oh, hi. Jetzt sind wir diesen Strahl da. Oh, hi. Okay, sehr gut. Ich will mal. Hier kommt. Chris, das alles. Frisch. Das take that. Ballert. Okay. Ach so, ja, auch wieder das doppelte Cool. Wird so sehr gut aus. Gefällt mir. Ja, das gefällt mir aber nicht. Das ist einmal gefällt mir nicht. Nee, ich sag's ja auch nur so mal. Wir haben's gemerkt, es kommt auf die Situation an. Es kommt auf die Situation an tatsächlich. Diese großen Viecher mit den Bomben, das ist ja eigentlich recht geil. Aber es ging so eine kleinen Viecher hier, siehst du der, oder sind die nicht so geil? Oder die, die hier. Weil die, ja, die Sniper sind halt wirklich nur gut, weil aus sicheren Entfernung. Sonst sind die eigentlich gar nicht gut. Wo, hier drüben geht's ab. Alter, schau mal ran hier. Komm mal auf hier. Genau, danke. Das ist mir viel zu viel eingefärbt hier. Den Gegner, obwohl die ja nicht mehr richtig einen färben. Ganz voll einfacher. Voll unfair. Könnt viel einfacher den Boden einfärben. Komm so auf hier. Komm drauf hier, genau. So. Ich muss auch auch mal an unsere Kumpanen denken hier, die wollen ja auch hoch. Oh, denn es wäre so genau. Okay, den übernehme ich. Tschüss. Bäm. Sehr schön. Da, hier gegen die Dinger bringen, die, äh, bringt die Sniper auf jeden Fall. Die sollte ich übernehmen. Da drüben ist zum Beispiel, glaube ich, wieder einer. Okay. Ich weiß gerade, welche am Arsch, aber... Okay, wir haben's. 16 Stück, ja, kann man auch zufrieden sein mit. Das ist mal richtig schön ballern hier. Die geht noch, die geht noch. Mag ich ja wieder mehr, äh, mehr, ein bisschen mehr als die Sniper, weil die, äh, weil ich mich da mit dem eigentlich sehr gut aus der Gegnerhorden befreien kann. Aber er ist mir hier schön einfärben, damit wir nicht solche Probleme bekommen. Okay, let's go. Zwölfstücken müssen wir sammeln, okay. Schauen wir mal. Okay, let's go. Und hier noch. Ja, perfekt. Okay. Also bin ich aber auch eine Fähigkeit schwer, diese Bomben, Alter. Mensch, gib mir doch was anderes. Können wir diese Bomben nicht. Ich spamm mal hier rein, warte mal. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer das Rackzack ist. Oder sind es die, äh, mit den, irgendwie die Raketen hier. Sind das die Rackzacks? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, aber ich glaube, diese, diese Bomben wäre, äh, diese Raketenschießenden Dinger hier. Ich glaube, das sind die Rackzacks. Glaube ich. Was sind denn die hier? Keine Ahnung. Uah. Schwede, Alter. Ich bin mir die Eier hier, so. Alter. Kurz vom Tod, Alter. Eins noch, eins noch. Geist. Sie sind hier vorbei. Okay, wir haben's. Okay, nur überleben. Komm. Die letzten 10 Sekunden überleben war. Komm. Alter. Überleben. Survive. Surviving. Ah. Ja. Ja, okay. Yay. Yay. Cool. Cool. Kannst du mal nicht mal cool sagen, aber... Trotzdem. Boah. Müß ich damit sich sogar jetzt aufsteigen, eventuell? Weiß er nicht. Ja, bin ich. Boss, Alter. Boss, bin ich jetzt so. Was zum Teufel? Und was geht denn noch höher? Oberboss? Oder was? Was zum Teufel? Krass. Willen wir weitermachen? Let's go. Krass. Willen wir auf jeden Fall dieses Glistern oder diese Glistern oder Kapsel? Sind wir auch kurz davor? Okay, ich glaube, ich habe jetzt noch eine Runde. Wir müssen was haben. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, nächster Superbonus 62p. 62 Punkte. Okay, die müssen wir wohl hinkriegen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in den normalen Standardkämpfe. Und schon was er da so mit der neuen Waffe reißen. Und im Prinzip ist es ja nicht eine neue Waffe, sondern halt ein neues Set. Mit den Schwabraketen und diesen Haftbomben. Haftbomben geht zwar besser, aber also, ja. Das ist auch nicht mal in den Waffen, aber ja, ich probiere es mal gesagt. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es aber wieder wenig platt, leider. Oh, scheiße. Ich habe ja auch nicht die Sniper. Okay, ich sage auch immer die Sniper hat. Genau, mach du dir mal fertig. Das ist ein Job. 14, gleich in der ersten Runde. Will ich nicht komplett verarschen. Ich dachte, so viel hat man nur in den letzten Runden so. wird halt die Schwierigkeit erhöht, aber gleich 14 in der ersten Welle? Wow. Ist echt. Okay. Keine Ahnung, was es so ist. Okay, sehr gut. Und alle weg. Nein. Okay, 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 Gott, kleinen Viecher, ey, sag's euch. Kleine Viecher. Bin man manchmal gar nicht mal so ernst, aber die sind echt brutal. Okay. Wo sind die minimiert? Und das ist so lange, vier. Wir haben uns auch fast lange. Ja, noch eins, noch eins, hier sind so viel rumkommen. Alter, da kommt aber wieder so viel Scheiße an, alter, die dicken Viecher und die kleinen. Hier hinten ist auch noch einer. Aber das haben wir. Boah, 23, alter, Junge. Mega ab. Grapplachs. Das ist neu. Wir haben nicht gefühlt. 29, Bruder, was ist denn? Was ist denn das für eine erste Runde, alter? 29. Hei, Alter. Das ist aber mega gut. Das müssen wir nur noch in den anderen Runden abgehen und dann kriegen wir so die 60 oder so. Wow. Total. Geil. Wir haben so wenig Platz. Nö. Shit. Ich bin so wieder richtig ab oder so, keine Ahnung. Wieso. Das ist schon. Äh, bam. Okay, sehr gut. Ist ja Regen, ey. Wie noch so kleinen Schauer, ey. Ich hasse das. Weil die hier ganz schön viel Tinte verteilen. Das nervt da halt. Okay. Gönn mir. 16 müssen wir auch kommen, alter. Jetzt wird es sogar noch mehr. Das ist ein Teufel. Geisteskrank. Ganz war ja gerade 29 geschafft oder wie viel das war. Aber das muss doch nicht gleich heißen, hier gleich, äh, 16 auszupacken. Oh, komm, wir schaffen wir das, schaffen wir. Können wir hier nochmal so schön wie der ersten Runde abgehen, dann schaffen wir das. Okay, ist mir so eine Bombe. Wie auch immer diese Gegner heißen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, geht er mit seinen Bomben echt ab, hier. Okay. Oh, scheiße, der schießt mich ja ab, hier. Mit seinen Raketen. Für den. Dankeschön. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So ein Gefühl hinter mir her. Öl, stell mir doch dein Hinterteil. Nicht dein Vorderteil. Oh, noch eins. Stahl, okay, wir wissen die Namen, Stahl. Stahl, alter. Stahl, alter. Stahl, alter. Scheiße, wir sind fast alle tot. Oh, das rätte mich. Alter, gib mir das Verscheid. Oh, alter. Alter, 23, 24, alter. Was ist das für eine brutale Runde, ey? Boah, alter, 25. Also diese 50 haben wir schon in der zweiten Runde schon safe. Okay, jetzt müssen wir nur noch jetzt richtig abgehen. Müssen wir auch 18 Stück erzielen, what the fuck. Müssen wir auch, sonst, äh, Schluss. Aber, ich würde sagen, die 60 knappen, äh, knacken was, hey. Ich weiß nicht, der Sniper, alter. Okay, Bäm, das... Ja, Bäm, stimmt, oh mein Gott. Bäm, so hießen sie doch, oder? Das fällt, das ist mir gerade bei dem Spruch gerade eingefallen, äh, weil ich, äh, immer Bäm sage, wenn ich die... Ich die Ohne, aber ich glaube, die heißen sogar Bäm, wegen der Bombe. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe mich jetzt mit dem Vergleich irgendwie auf den Namen gemacht, oder? Sag mir bitte, dass die Bäm heißen. Ich will mich jetzt zwar nicht umbringen, aber ich glaube, die heißen Bäm. Komm mal ran, Bäm. Hier durch diesen, äh, Dings, der will ich drauf bekommen. Ich weiß, wie gesagt, ich will mir auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, die heißen Bäm. Wegen den Bomben. Wie bin ich als Sniper hier so aufgeschmissen bei den ganzen Gegnern, ihr seht's, ja. Ich bin so aufgeschmissen bei sowas. Oh mein Gott, und ich habe auch nur diesen Laser da, der bringt mir auch nicht viel. Oh mein Gott, hier ist schon wieder so ein langes Team, so ein Stahl. Okay, da war einer, da war einer, aber hier sind lauter Fischeier, gib mir mal einher hier. Oh, aber ich muss ja auch wieder rauskommen. Lebend, lebend. Ich wäre so ein bisschen geil gewesen, aber leider bin ich nicht lebend rausgekommen, warte mal. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, wir müssen hier noch raushauen. Scheiß Regen, ey. Ich würde sagen, die... Oh mein Gott. Ich würde sagen, die, äh, die 60 haben wir jetzt geknackt, aber wir müssen jetzt noch... Okay, wir haben's. Die Höhe noch, komm. Weiter erhöhen. Alter, 22. Brutal. Oh, Alter, was für eine Runde, Alter. Was für eine Runde. Feier mal richtig, ey. What the fuck. Das war eine mega heftige Runde. 76. Alter. Wow. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Krass. Und wir haben sogar zwei Boni bekommen, das ist geil. Aber jetzt kommen wir ja nochmal Runden. Letztens zwölf Minuten, jetzt. Ob wir das auch gehabt haben. Immer so hin und her switchen, das ist so, ja. Aber ja, ich glaube, damals glaube ich immer so gemacht, oder? Und hier habe ich es, hat es zwischen Parts und Parts. Das hat es dann immer so abgehangen, ne? Da habe ich dann ein paar Parts online so gemacht. Also hier, ne, das ist alles online. Ein paar Parts hier Standardkampf. Dann haben wir ein paar Parts Summon Run. Da habe ich hin und wieder, glaube ich, auch mal hier Rangkampf getestet. Oder war das nicht sogar nur kurz mal? Auf jeden Fall habe ich den Rangkampf nicht so schwer gespielt, halt. Weil ich den halt einfach nicht gut fand, meiner Meinung nach. Also den fand ich halt nicht gut, wirklich. Bin kein Fan von. Dann war ich ins Beton 1 zum Beispiel besser. Ich weiß auch nicht warum, aber ja. Hier gefällt er mir nicht so. Und ja, das habe ich den ganzen Rangkampf gemacht. Oder halt Sam & One. Ja, die machen echt Bock. So ist das hier. Flunder Fun Park. Ich glaube, das ist eine neue Map, die hier währenddessen rausgekommen ist. Ja. Ich glaube, die Map kenne ich nicht. Ne, also die kommen mir nicht mal an, der Entwickler. Ne, 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 kommen wir nicht. Ich habe die jetzt gerade ein bisschen, äh, ein bisschen gesehene Map aus Beton 1. Aber wegen diesen, äh, drehenden Dingern hier. Aber ne, das ist es nicht. M-m. Das ist eine neue Map. Oh, scheiße, Sniper. Sniper. Oh, scheiße. Nein. Oh, die Trallen da um ab, lol. Epic Fail. Oh, scheiße. So ein Mist. Dein Schwapper. Ah, ja, auch gefällt. Okay, gucke ich mal, was hier nicht eingefärbt wurde. So. Hier so ein bisschen, da, ist immer so, ich, wie gesagt, deshalb sage ich ja, ich bin immer so, der hinten ist und so einfährt, was die anderen nicht einfärbt, sage ich mal so. Das beschreibt es eigentlich schon sehr gut. Ich bin hier halt nicht so der Kämpfer da, der um Kills kämpft. Den mag ich eigentlich sehr nicht. Oh, halt. Oh, nein, 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 fuck you. Also, eigentlich, obwohl der strahlt so richtig scheiße ist, also, somit konnte ich den nie einsetzen. Aber wenn man, ich habe damit niemand, irgendjemanden getroffen. Ja. Ja. Trotzdem, wenn ich wurde gerade trotzdem von dem Scheiß gekillt. So schlecht. Ah! Ach, Bomben. Der olle Schwapper-Typ, Alter. Ich habe auch Bomben, der olle Schwapper-Typ, Alter. Halt dein Maul. Ah, Schwapper-Soymel. No shit. Und ich kann den auch nicht spielen. Es gibt so viele einige, die ich nicht spielen kann, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall dazu. Ja, ich gehe ja auch an der Kammer, wir machen ihn nicht. Go to fuck. Wir sind ja mal tot hier. Nee, der ist immer nicht tot. Alter. Wer ist denn überhaupt vorne? Ich weiß, ich glaube, die Gegner sind vorne. Habe ich irgendwie das Gefühl. Oh, hi. Hehe. Ich muss mal ein bisschen in die Gegner zu kommen. Das sind alles wichtige Punkte. Ja, genau, machen wir hier mit. Loot mal ein bisschen mit. Boah, Alter. Boah, Alter. Wo ist los? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Oh, kacke. Okay, sieht gut aus. Sehr gut. Immerhin schon mal die erste Runde ist schon mal sehr gut. Muss aber auch noch nichts heißen. Ich habe meine Fähigkeit gar nicht eingesetzt. Wir sind privat mal ein bisschen. Wir sind aufleveln, damit ich mal ein bisschen hinterherkomme mit den ganzen anderen. 63, wie ich hier gerade sehe. Also, ich glaube wirklich schon, das Maximus ist, glaube ich, schon 100. Ich bin mir aber nicht sicher. Habe ich ja noch nicht nachgeguckt, was das Maximallevel ist. Oh ja, Tümnerkuppel. Sperton 1-Maps. Die ist also, ja, jetzt erkenne ich sie auf jeden Fall wieder. Die ist aus Splatoon 1. Dann kam in der Zeit auch mal wieder. Na, wohl, oder? Habe ich ja noch gespielt, als die Map rauskamen. Bin mir eigentlich mal sicher. Also, auf jeden Fall kam derzeit mit Sicherheit einige aus Splatoon 1 halt durch Patches rein wieder. Aber ich glaube, die habe ich noch gespielt, als die reinkam. Also, muss ich irgendwann anfangen, beziehungsweise halt 2017 und wie gesagt, Anfang 2018. Und dann müsste ich dann kommen sein, weil da habe ich halt noch gespielt. Dann so Mitte 2018 habe ich dann auch schon aufgehört. Da hat halt schon aufgehört. War die gerade eben schon in Gefahr? Oder waren wir gerade eben schon in Gefahr? Nein, okay, ich verliere es. Dann war noch mal ein Sniper am Start. Ja, habe ich dann keine Chance. Ja, okay, ich sage es mal so. Mein Lieblings-Map war das jetzt auch nicht. Also, ich sage mal. Geil. Cool. Richtig geil, ey. Richtig geil, Nintendo. Gut, wie gesagt, mein Empfang ist jetzt ja auch nicht so geil, aber so lange ist er funktioniert. Also, warum jetzt? Geil, Nintendo. Und dafür betreibt man 20 Euro pro Jahr. Geil. Gut, die beiden anderen Konkurrenzen ist halt teurer, aber die, da können die Säuber wenigstens passen. Also, ich fahr jetzt mal ein bisschen ein, weil mir langweilig ist. Weil die Punkte werden mir eh nicht gut geschrieben, aber ja, mir ist langweilig. Manu, da haben sie anscheinend was dagegen. Ach, komm, das gibt's auch nicht. Das gibt's auch nicht. Sag ich, ja, es ist ein Nintendo Switch Online, das geht einfach nicht klar. Und dafür soll man bezahlen, denn meine Fresse. Ach, Nintendo, Nintendo, ihr und eure Server, ey. Katastrophe, einfach nur Katastrophe. Aber vielleicht, äh, werde ich auch wahrscheinlich für diese Folge auch wirklich halt noch nicht so viel rausschneiden, weil ich halt auch hier was zu labern habe oder so. Oder labere ich hin und wieder mal was. Vielleicht werde ich ab nächster Folge, während der es hier lädt, nicht labern und dann schneide ich das halt wirklich mal raus. Irgendwie ging das da, wer im Programm hier irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie geht das so, dass man halt Dinge rausschneiden kann oder so. Vielleicht labere ich dann einfach mal ab der nächsten Folge einfach dann nicht mehr hier in den Ladesequenzen und da, ja, dann schneide ich die, versuche ich das mal irgendwie da rauszuschneiden. Oh ja, jetzt labere ich auch hin und wieder mal. Also ich fahre, glaube ich, lass es erst mal drin. Mal schauen, was ich das mal ändere. Oh, da war eine mit diesen Dimonenhörnern, die ich da bestellt habe. Kriege ich aber erst morgen zu. Beziehungsweise kommt auch darauf an, wie toll die Dinger sind. Ich weiß auch nicht. Das wird der einen vorher nicht gesagt, wenn man was bestellt. Wie toll die Dinger sind. Muss ich erst mal schauen, welche morgen sind. Was geht hier denn rüber, Alter? Was ist richtig so ein Moment, Alter, was ist die Teufel? Nein! Nein! Ach, Mann. Hast du Schmappe? Ne, Klecksroller, nicht Schmappe? Äh. Na, ich sag's ja, die Map ist nicht so geil. Gibt's da jetzt nicht komplett die Map, die schuld, aber ja. Sag's ja, richtig, wirklich geil ist die Map auch nicht. Oh, nein. Ah, nein, schon wieder der Klecksroller, Typ. Mann, setzt sich doch nicht da oben an. Mensch. Wie, was ist denn? Ist das dieser Stempel, Alter? Was zum Teufel? Was geht denn bei dem ab? Übel. Hey, hoch hier. Wird ja auch noch keiner eingefärbt, lol. Kommen sie alle ran hier, Jujo. Äh. Okay, let's go. Er sieht schon besser aus. Muss aber noch nix heißen. Ey. Oh, hier so. Ey, lol. Jetzt sind wir in Gefahr, tatsächlich bekämpft es jetzt ein bisschen vor, wieder. Muss aber noch nix heißen, das kann sich ganz schnell ändern. Oh, nein, Schmappaketen. Äh. Neui. Oh, naja, wer ist? Äh. Hi. Äh. Ach. Das Cadaverwinde ist alles in Ordnung, Leute. schon wieder schwarmaketen was habt ihr mit euren schwarmaketen okay gut dann haue ich sie auch mal raus hier so tschüss geil wunderbar hat's über funktioniert so warte mal ich zeig mal die map her warum ist sie fuck me lasst mir jetzt springen ist mir scheißegal komm bereits jetzt hier so noch neun sekunden kommen das halten wir durch während die gegner weg sind machen wir sie fertig kommen bitte nicht abkratzen ja komm ende los schluss komm mit nintendo ihr seid scheiße 32 ach fickt dich doch fickt euch doch einfach mit euren scheißservern ja da haben wir gegen ende dann auch noch mal zwei netzwerkfehler gehabt das auch mal wieder geil danke auf jeden fall dafür nintendo für dieses wunderschöne für dieses tolle nintendo switch online ich liebe es wie immer es erweitert unser spielerlebnis auf jeden fall mit diesen schönen internetfehlern danke auf jeden fall dafür ja und wohl hoffentlich wird tritt es noch in der nächsten folge weniger auf wenn man sich trotzdem gefallen lasst leckte aber es muss man aber nächstes mal jetzt weiter jetzt bei tun zwei bis dann und tschau ja